Ex-Team-Chef, deshalb ist Mick aus Team geflogen. Warum ist Mick Schumacher, 23, aus der Formel 1 geflogen? Der Sohn des siebenfachen Weltmeisters Michael Schumacher, 53, ging im vergangenen Jahr in der Königsklasse des Automobilsports an den Start. Doch der Höhenflug war schnell wieder vorbei, sein Team hat ihm keinen neuen Profi-Vertrag angeboten. Jetzt erklärt sein ehemaliger Team-Chef, was die Gründe für Mick's Ausbau der Formel 1 sind. Im Interview mit Formula 1.com äußerte Ex-Team-Chef Günther Steiner, 57, nun, dass die vergangenen zwei Jahre für sein Team nicht einfach gewesen seien, deswegen haben wir uns die Frage gestellt, wie kriegen wir das Team wieder auf die Beine, die Antwort sieht er in einer neuen Besetzung des Cockpits. Betonte aber, Mick hat in seinen zwei Jahren einen guten Job gemacht. Aber wir mussten ihn ein wenig tragen, und wir brauchen jemanden, der uns trägt. Anführungszeichen. Am Ende hat es schließlich Nico Hülkenberg, 35, in das Team geschafft. Mick's ehemaliger Team-Chef ist sich sicher, ich glaube, dass wir jetzt eine Entscheidung getroffen haben, die am besten für das Team ist und uns wieder dahin bringt, wo wir sein wollen. Anführungszeichen. Anführungszeichen.